Es ist doch sichtslos. Sie sind die mächtigste Armee der Welt. Die französische Armee. Wir sind in der Unterzahl. Feuer! Wie können wir verhindern, dass Sie in unser Heimatland einmarschieren? Sie sind unbesiegbar. Sie greifen uns an. Das sind Kriegsschiffe. Wir müssen extreme Maßnahmen ergreifen. Feuer! General Saragossa. Ignacio, lass nicht zu, dass Sie uns unser Land wegnehmen. General, wir haben hier nur ein paar tausend Mann. Gewehrschütze nach vorne! Die Franzosen haben dreimal so viele Soldaten. Woher kommst du? Warum willst du das wissen? Nimm diese Kette von mir. Willst du mir etwas versprechen? Bitte komm Leben zurück. Ich möchte nicht, dass du verletzt wirst. Du wirst sterben wie ein Mann, wenn du unser Vaterland verteidigst. Verstehen Sie denn nicht? Das würde Krieg bedeuten. Wir werden dieses Land vernichten. Gewehrschütze nach vorne, wenn du siehst. Wir werden das neue Mexiko! Angreifen! Säure, vorweg den! Soldaten, wir werden dieses Schlachtfeld mit unserem Blut tränken für die Freiheit unserer Nation!